Guten Morgen, wie geht's heute los im Video über die Wohnung? Die Wohnung, das Schlafzimmer, das Schlafzimmer bedeutet der Bedrohung. Das Kinderzimmer, das Kinderzimmer bedeutet der Children's Room. Das Wohnzimmer, das Wohnzimmer bedeutet the Living Room. Das Arbeitszimmer, das Arbeitszimmer, the Workroom. Das Padezimmer, das Padezimmer, das Padezimmer, Toilet, die Küche, die Küche, Kitchen. Der Flur, der Flur, der Padezimmer. Die Mobbel, der Sessel, der Stuhl, der Schrank, der Tisch, der Esstisch, der Schreibtisch. Das Bett, das Kessel, das Sofa. Die Badwanne, die Dusche, das Waschbecken. Lektro, der Kulischrank, der Kulischrank, der Fernseher, der Computer. Das Hört, das Hört, der Elektromäxer, der Elektromäxer, die Waschmaschinen, die Waschmaschinen. Noch einmal, das Schlafzimmer, das Kinderzimmer, das Wohnzimmer, das Arbeitszimmer, das Badezimmer, die Küche. Der Flur, der Padezimmer, der Stuhl, der Schrank, der Tisch, der Esstisch, der Schreibtisch. Das Bett, das Kessel, das Sofa, die Badwanne, die Dusche, das Waschbecken. Der Kulischrank, der Fernseher, der Computer, das Hört, der Elektromäxer, die Waschmaschinen. Was ist das? Ja, das ist das Schlafzimmer. Das Kinderzimmer, das Kinderzimmer. Und was ist das? Das Wohnzimmer, das Wohnzimmer. Was ist das? Das Arbeitenzimmer. Das Arbeitenzimmer. Das Arbeiter, das ist das Schlafzimmer. Was ist das? Die Küche. Okay. Es ist die Seite, was ist das? Der Flur. Und das ist der Palakon, der Gruppe. Das ist der Wessel. Und das? Ja, der. Das ist. Der. Das. Wer ist ich? Das ist. Wer ist ich? Und das ist der Schreibtisch. Okay. Was ist das? Das Bett. Essen. Ja. Und das ist das Soppe. Das ist die Fahne. Das ist die Fahne. Das ist die Fahne. Okay. Okay. Die nächste Seite. Sehr coole Schrank. Nummer 1. Sehr coole Schrank. Nummer 2. Sehr fern sehr. Die. They are first there. Their computer. Nummer 1. They are her. Der Herb, der Elektromixer und am Ende Die Waschmaschine Die Waschmaschine Okay Das ist alles für heute Ich wünsche Ihnen einen schönen Ramadantag Das ist alles für heute Ich wünsche Ihnen einen guten Ramadantag Tschüss Bye Bye